Ein Wiesel hat in etwa solch ein Gesicht, ein Maler hingegen hat ein Spitzgesicht und ein Wolf hingegen hat ein Wolfsgesicht. Nicht zu verwechseln mit dem deutschen Miggi-Maus-Hund. Er hat ein wieselschnäuziges Spitzschneuzchen, welches in der Lage ist mit seinen großen Zähnen kleine Kanäckel zu reißen in der Tag- oder Nachtzeit. Äußerliches Merkmal dieses Miggi-Maus-Hundes ist es außerdem, einen ausgeprägten Drang zum Fresse zu verspüren. Des Weiteren hat der Wiesel mit dem Wiesel im Grunde nichts weiter gemeint, als dass sie Säuge sind. Merke, bei TV-Blauze lernen wir mehr wie im Discovery Channel. Ahuui!